An jedem, wenn ihr mich seht auf der Straße und ihr wollt an mir mit einem E-Scooter vorbeilaufen, ich geb euch eine. Ich hab mich hier angeschlagen, hier angeschlagen, was ich vorhin erwähnt hab, ich bin über E-Scooter gestolpert. Ganz komisch dastanden und ich bin dann unglücklich gegen so einen Stromkasten geknallt. Es geht nicht mal um mich, weil dieser Schmerz, das juckt mich nicht. Wir sind Männer so. Aber wenn ich dann zu meine Mutter gehe und die sieht dann, hier hast du eine Verletzung, das macht die kaputt, nicht mich. Mich juckt das nicht, aber das ist dann halt voll traurig. Wie kann ich das jetzt so, soll ich Concealer draufmachen, damit meine Mutter es nicht sieht und so?